Ja, ihr Lieben, guten Morgen, ich bin gerade aufgestanden, ist natürlich dann immer ein bisschen her, wenn man dann das Video hochlädt und so weiter, etc. pp. Ähm, ja, der Wendler zieht nicht ins Dschungelcamp, dafür seine Laura, das heißt, die ist dann los, die muss dann Kakerlaken fressen. Jedenfalls kam die News gerade bei BILD, ähm, ja, wie gesagt, und ich, das war natürlich klar, dass Laura rumgereicht wird, ist sie beim Wendler, dann ist sie da, dann ist sie da drin, also, wenn man, also ich wäre auch gerne die Freundin von Wendler, weil dann wäre ich ja auch überall. Ja, daran sieht man ja, man wäre rumgereicht, aber man muss sich dann auch vielleicht ficken lassen.